Ich hab's mir drauf, was schönes. Ich hab's mir drauf, ich hab's mir drauf, ich hab's mir drauf. Was hab ich dir gesagt? Tja, das hat wohl nicht gekannt. Der will drauf springen und hat's verkackt. Das war so cool, weil das nämlich eine Flasche ist. Jetzt hebt er sich auf und hat gewonnen. Eigentlich hat er gewonnen. Na klar, der hat doch extra drauf gesprungen, das hat er schon mal gemacht. Ich hab's mir kaputt, wie müde ist. Kann ich bei YouTube reinstellen. Das ist ein Euro für vielleicht. Aufgeladen. Oh, doch nicht. So, ich wollte eigentlich nur das Ende vom Match, ja. Jetzt halte ich das Ding ja schon wieder zu. So, ich glaube, das sah billig aus. Zwei billig. Was ist denn das für ein Match? Oh. Was ist denn das für ein Match? Oh. Das war richtig billig. Das war richtig DDR-Boxen. Das war richtig. Das war ganz toll. Das hat mich nicht neu ausgesetzt. Das war richtig. Da ist alles nicht. Jetzt mach mal. 그렇게 macht mich mit. Hier ist der Winner und nochan Intercontinental Champion, WADE BURRIT! Weil die hätte laufen in der Halle, die hat er im Spiel gesehen.